Der Narr liest Professor Honig macht Karriere von Ephraim Kishon Dr. Immanuel Walter Honig wurde vor ungefähr 60 Jahren in Frankfurt am Main geboren. Er absolvierte die Mittelschule in Prag, studierte Mathematik an der Universität Antwerpen und stürzte sich dann, obwohl ihn seine Eltern gerne als Immobilienhändler gesehen hätten, mit wilder Energie auf die Naturwissenschaften. Einen Doktortitel erwarb er an der Sorbonne, einen weiteren an der Universität Basel. Um diese Zeit war Immanuel Walter Honig 35 Jahre alt, eine hartnäckige Lungenkrankheit hatte sein Studium verzögert. Nach seiner endgültigen Genesung studierte Dr. Dr. I. W. Honig Nationalökonomie und Staatswissenschaften, ging dann nach Oxford und wurde dort mit 40 Jahren Dozent in diesen beiden Fächern. Weitere fünf Jahre angestrengter wissenschaftlicher Arbeit machten ihn zum Direktor eines staatlichen Instituts in Rom. Während dieser fruchtbaren Periode verfasste Prof. Honig sein 13-bändiges Meisterwerk, der Einfluss der Indexschwankungen in den ökonomischen Statistiken auf die soziale Struktur des Mittelstandes. Als 50-Jähriger konnte er endlich seinen Lebenstraum erfüllen, sich in Israel niederzulassen. In einem bescheidenen Gemeindebau in Tel Aviv fand Prof. Honig mit seiner Familie eine Wohnung. Die Familie bestand aus seiner Gattin Emma, zwei Kindern, seinem Vater und seinen Schwiegereltern. Er bekam auch sofort einen Posten als Mittelschulprofessor und lebte eine Zeit lang ohne wirkliche Sorgen. Seine Kollegen respektierten ihn als bedeutenden Wissenschaftler und in seiner Freizeit entwickelte er eine neue Theorie über die Berechnung des Lebenserwartungskoeffizienten im Versicherungswesen. Im Sommer 1951 begann die Krise. Er kam mit seinem Budget nicht mehr so recht aus und da die Lebenskosten unaufhörlich stiegen, wurde es immer schwieriger, seine umfangreiche Familie zu ernähren. Schließlich musste er sogar auf den Kauf der für seine Forschungsarbeit unentbehrlichen Bücher verzichten und 1975 war es bereits so schlimm, dass er zu Fuß zur Schule ging und einmal in der Woche fastete. Um dem Leser die prekäre Situation Dr. Dr. Honigs vor Augen zu führen, geben wir nachstehend einen Überblick über sein Einkommen. 1951 waren es 253 Schäkel, 201 netto, durch die Annahme einer Anstellung durch die Ehefrau, 1953 waren es 325 Schäkel, 196 nach Steuer, Gehaltserhöhung nach einem Hungerstreik. Nach und nach verkaufte Professor Honig sämtliche Wertsachen, bis er eines Tages nichts mehr zu verkaufen hatte, außer vielleicht seine älteren Verwandten. Da entschloss sich seine Gattin Emma zu einem verzweifelten Schritt und schrieb einen Brief an ihren in New York lebenden Onkel, den sie zeitlebens verabscheut hatte. Der Brief rührte des Onkels amerikanisches Herz und kurz darauf traf ein Paket mit 20 Tafeln Schokolade ein. Was blieb dem Professor übrig, als das Paket an den Schulwart zu verkaufen, der den Schülern während der Unterrichtspausen Süßigkeiten anbot? Etwas später erfuhr Professor Honig durch Zufall, dass vom betrügerischen Pedell die Schokoladensendung, die er für insgesamt 5 Pfund erworben hatte, für 20 Pfund weiterverkauft wurde. Dr. Dr. Honig stellte den Schulwart auf dem Schulhof. Das ist eine Schweinerei! Außerdem veranlasste Dr. Dr. Honig seine Gattin Emma, noch einen Brief an den Onkel in Amerika zu schreiben, und als das nächste Paket kurz darauf ankam, verkaufte er den Inhalt selbst an die Schüler und zwar für 1,20 pro Tafel. Diese Einnahmen brachten das Monatsbudget des Professors halbwegs ins Gleichgewicht und beeinflussten im Übrigen seine Einschätzung der statistischen Index-Schwankungen wesentlich. Nach einiger Zeit fragte sich Professor Honig, warum er eigentlich nur amerikanische Schokolade verkaufen sollte. Ab sofort verkaufte er auch heimische Erzeugnisse. Er tat das still und unaufdringlich, indem er nach Schluss des Unterrichts sein Warenlager aus der Schublade zog und seine Schüler fragte, Schokolade, Waffeln, saure Drops, Pfefferminz, Karamellen, alles erste Qualität. Die Schüler griffen gerne zu, und der Verkauf der Süßigkeiten verbesserte des Professors Einkommen weiter. Anfang 1958 gab er den wöchentlichen Fastentag auf und fuhr wieder im Bus zur Schule. 1959 konnte er sich dann und wann eine Kinokarte leisten, und 1960 hatte er sogar ein wenig zugenommen. Seine Depressionen waren verschwunden, seine wissenschaftliche Arbeit machte Fortschritte, Das Minderwertigkeitsgefühl, das ihn gequält hatte, war verschwunden. Dr. Dr. Honig hat heute eine gesellschaftliche Stellung, die nur knapp unter der eines selbstständigen Installateurs liegt. Die nachfolgende Tabelle erklärt die erfreuliche Entwicklung in Ziffern. 1959 352 Schäkel, 1960 551 Schäkel durch die Einführung von Eiscreme und 1961 607 Schäkel durch die Einführung von Kaugummi. Vor einiger Zeit unterbrach ein bedauernswerter Zwischenfall den rasanten Aufstieg seiner Karriere. Die Schulleitung protestierte dagegen, dass Professor Honig in den Pausen mit Bauchladen durch die Korridore des Schulgebäudes strich, weil sich der ambulante Kleinhandel nicht mit den ethischen Verpflichtungen eines Lehrers vertrage. Professor Honig tat das einzig Mögliche. Er kündigte und lebt seither nur noch vom Süßwarenhandel. Sein Kompagnon ist der Schulwart. 1h08 1h08 1h08i 1h09 1h09 1h0818 2h 10h18 Vielen Dank.